Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan und heute geht es um ein richtig cooles Widget von Elementor, nämlich das Call-to-Action-Widget. Das kann nämlich tatsächlich mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Gerade bei mir war es am Anfang so, dass ich mit dem Widget, ich sage es offen und ehrlich, ein Stück weit falsch umgegangen bin. Deswegen habe ich es lange Zeit nicht genutzt, bis ich dann endlich verstanden habe, dass es da eigentlich am Anfang immer einen kleinen Klick gibt, sodass die ganze Geschichte auch cool aussieht, aber dazu gleich mehr. Dieses Video hier entsteht im Rahmen meiner Serie zu allen Widgets von Elementor. Die Basic Widgets haben wir alle schon durch von der Gratis-Version. Wir sind schon längst bei den Pro Widgets angekommen, heute eben bei dem Call-to-Action-Widget. Ja, ich habe mir gedacht, Stefan, es gibt eine Möglichkeit, alle Widgets, alle Elemente von Elementor einmal durchzugehen und zwar, wenn der YouTube-Kanal, die Website noch brandneu sind. Das sind sie noch und dann kann auch ich endlich wieder das machen, was mir am allermeisten Spaß macht. Das sind Komplettanleitungen. Ein paar habe ich schon gemacht. Zum Beispiel, wie du dir als Streamer eine eigene Website baust oder Terminbuchungssystem. Bedeutet, hier auf diesem Kanal geht es um Website-Erstellung. Und wenn das auch Themen sind, die dich vom Grundsatz her interessieren und du suchst vielleicht hier und da mal ein paar Tipps und Tricks oder auch Komplettanleitungen, dann lass gern schon mal ein Abo da. Doch jetzt, direkt zu Beginn des Videos, möchte ich dir einmal zeigen, wie so ein Call-to-Action am Ende aussehen kann. Er könnte ungefähr so aussehen. Ich habe ja schon mal ein bisschen rumexperimentiert und wenn man hier mit der Maus drüber geht, dann werden die Bilder größer. Das animiert natürlich, dass man hinschaut, man sieht den Button, man sieht den Text, man versteht, worum es geht. Ich habe jetzt hier auf die Schnelle für dieses Tutorial einfach ein paar Bilder reingemacht. Nimm du da natürlich irgendwas, was für dich Sinn macht. Vielleicht hast du einen Online-Shop, verkaufst Schuhe oder Klamotten, die Produktbilder dort rein. Logisch, Button geht dann auf die Produktseite oder direkt auf die Bezahlseite. Oder du hast ein Dienstleistungsgeschäft, vielleicht ein Friseursalon, gibt unterschiedliche Frisuren. Oder am Anfang die grundsätzliche Auswahl. Hey, entweder Frauen oder Herren, drück einmal links oder drück einmal rechts. Und je nachdem sieht man dann eben das Angebot. Dafür so ein Call-to-Action optimal. Ich habe jetzt hier einfach mal drei untereinander gemacht. Ich will dir hier einfach nur zeigen, was geht. Du könntest natürlich auch zwei nebeneinander machen oder einen über den ganzen Bildschirm oder fünf über den ganzen Bildschirm nebeneinander, untereinander, was auch immer. Fakt ist eins. Nach diesem Video wirst du wissen, wie du dein Call-to-Action in nur wenigen Minuten selber baust. Doch bevor wir direkt starten und eben die ganzen Grundlagen einmal smart durchgehen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Dann solltest du aus unerklärlichen Gründen noch nicht mit Elementor oder mit Elementor Pro arbeiten, dann lass uns gerne einmal gemeinsam auf folgende Seite gehen. Und zwar auf stefan-wirt.de slash tools enter. Da kommen wir nämlich auf genau die Seite, wo ich alle meine Tools vorstelle, die auch ich quasi tagtäglich verwende. Liste wird von mir gepflegt und immer mal wieder angepasst. Wenn du Inspirationen suchst für deine Sachen rund um Website-Erstellung etc., schau hier gerne mal vorbei. Findest du übrigens auch über meine Startseite, auch alles unterhalb von diesem Video hier verlinkt. Und stets nochmal lerne, wie du mit WordPress deine Websites selbst erstellen kannst. Und hier oben rechts einmal auf Tools. Da kommst du direkt zu dieser Übersichtsseite und sehr populär natürlich eingebunden Elementor. Warum? Weil es ist der Page-Builder, der Theme-Builder, auf den ich setze. Und hier habe ich mit eigenen Worten kurz und knackig beschrieben, warum ich das so klasse finde, möchte ich dir nicht vorenthalten. Bedeutet, der Page-Builder-Elementor ist in einer eingeschränkten, kostenlosen Version für Basics vollkommen ausreichend. Das stimmt, da kannst du schon richtig coole Seiten bauen. Dann habe ich geschrieben, doch Achtung, wenn du die Elementor Pro-Version kaufst, verwandelt sich Elementor vom reinen Page-Builder zum leistungsstarken Theme-Builder. Hm, vom Page-Builder zum Theme-Builder klingt vielleicht erstmal ein bisschen langweilig, ist es aber gar nicht. Denn was ist ein Page-Builder? Drag and Drop, das hast du wahrscheinlich schon mal gesehen. Ein Theme-Builder bedeutet dann einfach nur, dass du nicht mehr an die Starrheit von einem Theme gebunden bist. Sprich, du machst dir dann eben dein Blog-Layout, dein Produkt-Seiten-Layout von deinem kompletten Online-Shop, deine Archiv-Seiten, alles mögliche, Header, Footer, einmal selbst. Du kannst dir das wirklich so zurechtstylen, individualisieren und anpassen, wie du das haben möchtest. Egal, wie viel Geld du für ein Theme ausgibst, ob das 100 Euro, Dollar sind, 200, 300, du kommst irgendwann. Und das verspreche ich dir an einen Punkt, wo du sagst, hey, das will ich anders haben oder das passt jetzt nicht wirklich zu meinem Geschäftsmodell. Irgendwann landet man immer an der Stelle, dass man irgendwo nach einem Theme-Builder sucht. Und ja, ich liebe Elementor, Elementor Pro natürlich auch den Theme-Builder, weil nicht nur, dass ich mir eben meine ganzen Seiten wirklich so zurechtbauen kann, wie ich sie haben möchte. Nein, auch die Farben, die Schriftarten etc. einmal eingestellt. Und wenn ich mir dann immer neue Elemente reinziehe, wie zum Beispiel eine Call-to-Action, dann gibt es da schon ein paar Voreinstellungen. Und ich muss nicht immer wieder bei Null anfangen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Deswegen, Elementor Pro zaubert mir durch die Einfachheit und die Zeitersparnis einfach jedes Mal wieder ein Lächeln ins Gesicht. Ja, und warum zeige ich dir die Seite logisch, wenn du hier unten über meinen Button, über meinen Link gehst und du solltest dich eines Tages für Elementor Pro entscheiden, was du höchstwahrscheinlich machen wirst, dann kriege ich eine kleine Provision. Du zahlst nicht mehr. Kannst aber hier auch erstmal natürlich nur mit der Gratis-Version starten. Bedeutet, einmal auf den Button klicken, offizielles Plugin runterladen, das Gratis-Plugin bei dir bei WordPress installieren. Kannst du erstmal loslegen. Und solltest du hier über meinen Button gehen, ganz großen Dank bereits an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Stefan, lasst uns jetzt mal beim Call to Action Widget reinschauen. Ja, und so kann das Ganze dann am Ende aussehen. Und wie schon angesprochen, ist nur ein Beispiel. Ich denke, dazu habe ich schon genug gesagt. Aber, dass wir jetzt hier auch nochmal was anderes sehen und nicht nur die Vorlage, die ich schon gebaut habe, machen wir jetzt das Folgende. Wir klicken hier unten einmal auf das Plus, machen uns einen neuen Abschnitt, dann ziehen wir uns das hier hoch und wir bauen das Ganze nochmal von Anfang an. Bedeutet, dass es das jetzt hier nicht ablenkt. Machen wir dort oben jetzt einfach mal einen Abstand rein. Eins, zwei, drei, zack, schon ist es weg. Jetzt haben wir hier einen neuen Abschnitt. Bedeutet, grundlegender Aufbau bei Elementor immer so. Man hat einen Abschnitt. In diesem Abschnitt ist eine Spalte. Und es können auch mehrere Spalten sein. Kannst du einfach sagen, duplizieren. Dann hast du zum Beispiel zwei. Und hier ist immer die ganzen Widgets. Da könnte man jetzt entweder suchen, bis wir es gefunden haben. Oder wir geben hier in die Suche ein. Call. Und da kommt es schon. Wir nehmen uns das und ziehen uns das einfach mal hier rein. Jetzt wollen wir erstmal mit einem starten. Bedeutet, die zweite Spalte einmal rechts klicken und löschen. So, und damit das hier oben nicht so dran klebt, mache ich am Anfang immer das folgende. Ich klicke hier einmal auf den Abschnitt und dann im Bereich erweitert haben wir einmal Margin. Das ist der Außenabstand. Und Padding ist der Innenabstand. Sag ich einmal uncheck. Und dann machen wir jetzt hier oben mal sowas rein wie, weiß ich nicht, 10. Einfach ein bisschen mehr. Ich hatte vorhin 10 drin, dass man alles sieht. Jetzt kann man ja einfach mal 25 machen. Dann klicken wir hier rein und dann sehen wir schon, okay, Call to Action bearbeiten. Was haben wir hier? Wir haben Inhalt, Bildinhalt und die Banderole, die noch nicht ersichtlich ist. Dann haben wir Stil. Da gibt es die ganzen Stileinstellungen für Box, Inhalt, Button, Hover-Effekte. Alles mega einfach einzustellen. Und den Bereich erweitert, wo man eben noch Sachen machen kann mit dem Rahmen, zum Layout grundsätzlich. Kleiner Hinweis direkt an der Stelle. Den Bereich erweitert gehen wir jetzt nicht komplett nochmal durch, weil das ist bei so ziemlich allen Widgets von Elementor relativ ähnlich. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber gerade bei meinen ersten Videos im Rahmen dieser Tutorialserie hier bin ich da mal sehr ausführlich reingegangen in die einzelnen Punkte. Wenn das was ist, was dich interessiert, dann schau dir gern einmal eines meiner ersten Videos im Rahmen dieser Serie hier an. Worauf wir uns jetzt konzentrieren ist, Inhalt und Stil. Klicken wir einmal durch und dann zeige ich dir eben, was für mich in den allermeisten Fällen Sinn macht. Bedeutet, ganz am Anfang sieht das immer so aus. Und angenommen, ich bin jetzt der unbetuchte Nutzer, der gar keine Ahnung hat, was er hier macht. Was mache ich? Ich sehe hier Bild auswählen. Okay, ich klicke drauf und dann suche ich mir ein Bild aus, was ich vielleicht schon vorbereitet habe und sage einmal Medien einfügen. Dann sieht das Ganze so aus und dann sehe ich hier direkt am Anfang, okay, von der Orange sieht man ja gar nicht alles. Dann klicke ich vielleicht auf Stil und dann schaue ich hier, okay, bei Bildhöhe, den Regler könnten wir ein bisschen nach rechts drehen, dass man mehr von der Orange sieht. Und dann wird es schon besser. Aber direkt ein kleiner Tipp für dieses Widget direkt am Anfang, dass du eben auch wirklich damit klarkommst oder auch Bilder auswählst, die dafür geeignet sind. Weil du siehst, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, dann haben wir hier so einen Effekt. Das wird eben hier so reingezoomt. Da kann man natürlich auch noch andere Sachen einstellen. Aber was ist denn der Klassiker? Ich habe jetzt hier ein Bild ausgewählt. Ich zeige dir die mal, die ich dafür hochgeladen habe. Für dieses Tutorial hier haben wir die Johannisbeeren, die Kastanie und die Orange. Da habe ich eben drei Bilder ausgewählt, wo ich weiß, okay, da ist so eine Kleinigkeit in der Mitte und noch viel drumherum, aber Fokus liegt irgendwo in der Mitte. Und da ist viel drumherum, was eigentlich auch weg kann. Bedeutet, wenn es reinzoomt, passt das noch alles. Wenn ich jetzt so ein klassisches Bild habe, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal irgendein Thumbnail von mir, dann siehst du, okay, ist das immer so ein bisschen abgeschnitten. Warum? Weil man kann ja bei den Bildgrößen immer nur Quadrate einstellen. Bedeutet entweder 1024 mal 1024 oder 2048 mal 2048. Du verstehst. Also in meinen Augen ist das jetzt hier nicht optimal, das Widget, wenn man damit jetzt zum Beispiel einen Header gestalten will, irgendwas über die ganze Breite. Hä? Man müsste dann ein Bild hochladen, wo man diese Aspekte eben entsprechend mit einkalkuliert, einfach mal so formuliert. Aber ich würde es dafür tatsächlich nicht verwenden, sondern es ist eben wirklich eher optimal dafür, wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast und Produktbilder, da ist es ja oft so. Zum Beispiel bei einem T-Shirt oder bei Schuhen, dass da oben, unten, links, rechts noch so viel weißer Platz ist. Und wenn man dann eben so reinzoomt, dann sieht man trotzdem noch alles. Also bedenke so diese quadratischen Einstellungsmöglichkeiten, sage ich mal. Du kannst dann zwar im Bereich Stil, Inhalt, habe ich dir gerade schon gezeigt, hier noch ein bisschen was machen. Aber schau, dass du irgendwo ein Bild verwendest, wo der Fokus in der Mitte liegt und wo noch ein bisschen was drumherum ist, was jetzt vielleicht nicht so wichtig ist. Nur, dass du es mal gehört hast, mir hilft das immer, wenn ich mit dem Call-to-Action-Widget arbeite. Aber, wir gehen jetzt hier mal wieder zurück auf den Anfang und das Bild machen wir jetzt einmal wieder raus. Wir nehmen wieder diese wunderschöne, saftige, orange Skin können wir am Anfang hier einstellen. Entweder klassisch oder ausfüllen. Wenn wir jetzt hier auf ausfüllen klicken, dann verändert sich die ganze Geschichte. Dann haben wir hier nämlich die Schrift über dem Bild. Auch so kann man das Ganze hier designen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich will dir einfach alles mal zeigen. Wenn ich das jetzt mit dieser Darstellungsform, wie wir es jetzt hier gerade sehen, machen würde, vielleicht eben für einen Header, weil ich das vorher mit dem Bild alles bedenke, dann würde ich so machen, dass ich hier vielleicht noch einen Schwarzfilter so ein bisschen drüberlege oder eine Kontrastfarbe eben zu der Textfarbe. Warum? Dann kann man die Schrift besser lesen. Aber wir entscheiden uns jetzt hier mal nicht für die Ausfüllen-Variante, sondern für was anderes und zwar das Klassische. Bedeutet, man hat einmal das Bild und einmal hier so diesen Textbereich, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt kommt was. Das habe ich am Anfang schon angerissen. Das wusste ich am Anfang nicht. Das sah immer so aus bei mir, das Call-to-Action-Widget. Und ich war nie so richtig begeistert gewesen, weil ich auch ein falsches Bild eben für das Widget meistens ausgewählt hatte. Und jetzt pass mal auf. Wenn du hier im Bereich klassisch bei Positionen zum Beispiel auf links klickst, dann zack, ist es so, wie man es eigentlich haben möchte oder wie man es eben oft besser einbinden kann in eine Webseite, nämlich nebeneinander. Du hast dann viel mehr von dem Bild, was du siehst. Du kannst hier sauber deinen Text reinmachen. Es ist einfach so, finde ich. Viel übersichtlicher Geschmäcker sind verschieden. Auch für die andere Form, wenn das dann eben so ist, gibt es sicherlich Anwendungsmöglichkeiten. Aber als ich diese einfache Einstellungsmöglichkeit für die Position gefunden habe, ich klicke nochmal drauf, dachte ich tatsächlich, ich schaue nicht richtig. Ich habe mich riesig gefreut, weil dann habe ich wirklich angefangen, mit dem Call-to-Action-Widget zu arbeiten. So, jetzt haben wir das Bild links. Wir können natürlich auch hier nochmal drauf drücken. Logisch, dann ist es rechts. Oder wir sagen über, dann ist es eben wieder in den Standorteinstellungen. Wir machen das jetzt mal hier auf die linke Seite und gehen weiter. Hier kannst du die Bildgröße noch einstellen. Du kannst natürlich sagen Originalgröße, wenn dein Bild schon optimiert ist. Oder du sagst eben hier Large, wenn du nicht möchtest, dass immer so große Dateien geladen werden. Einfach einmal hier drauf drücken. Dann haben wir Inhalt. Dann können wir hier sagen, grafisches Element, aktuell keins eingestellt. Können wir auch noch hier ein Bild. Wir können es ja mal machen, zu Testzwecken, dass du es siehst. Deswegen schaust du ja wahrscheinlich bei diesem Tutorial hier rein. Nehmen wir jetzt mal dieses wunderschöne Eis hier. Dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, hier ein Icon einzustellen. Bedeutet, da kannst du einmal draufklicken und schau mal hier, wo meine Maus gerade ist. Und ich scrolle jetzt mal ganz langsam. Du siehst die ganzen Icons hier durchfliegen. Und höchstwahrscheinlich gibt es ja auch für deinen Anwendungsfall das passende Icon. Sollte dies nicht der Fall sein, wie vielleicht zum Beispiel bei Orangen, dann kannst du auch hier sagen, zack, ich will mein eigenes Icon hochladen. Aber ich würde sagen, wir brauchen jetzt hier kein Icon. Bedeutet, wir sagen einmal keine. Dann siehst du hier den Titel. Da steht, das ist die Überschrift. Würde ich mir einmal markieren und dann sowas reinschreiben wie saftige Orangen. Dann haben wir eine Beschreibung. Lorem Ipsum lassen wir jetzt einfach mal drin. Logisch schreibe hier Text rein, der für dich Sinn macht. HTML Tag H2. Ich denke, das passt. Button Text hier klicken oder zum Shop, was auch immer. Und nicht vergessen, hier auch den Link zu setzen, eben zu deiner Produktseite oder zu deiner Landingpage, wo du eben deine Dienstleistung verkaufst, was auch immer. Denk dran, den Link dort reinzumachen. Banderole. Ganz interessant, wenn du vielleicht drei verschiedene Offers hast oder fünf oder was auch immer. Und du hast so ein Lieblingsangebot, sage ich jetzt mal, wo du sagst, hey, das macht für den Kunden auch wirklich am allermeisten Sinn. Da hat er super Preis, Leistung. Ich mache das gern. Mir würde das gefallen, wenn das gebucht wird. Dann arbeite doch einfach mit einer Banderole, dass du hier zum Beispiel bei der Banderole sowas reinschreibst wie Angebot oder Beliebt oder irgendwas in die Richtung. Und glaub mir, das sticht da natürlich hervor. Kann man die Farbe später noch ändern. Schauen wir uns gleich an. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also mit der Banderole arbeite ich gern, weil es eben auch einem potenziellen Interessenten immer eine klare Richtung gibt. Hey, woran kann ich mich orientieren? Sind wir schon beim Stil? Wie gesagt, da haben wir die Box, den Inhalt, den Button, die Banderole und die Hover-Effekte. Wenn wir bei der Box mal reinklicken, dann haben wir hier zum ersten so eine Höheneinstellung. Was passiert, wenn wir hier jetzt dran rumspielen? Du siehst, die Höhe von der ganzen Box, die können wir dann eben noch nach oben nehmen, wenn wir das denn wollen würden. Ausrichtung vom Text. Schauen wir bei dem Text hier einfach rein. Klar, entweder links in der Mitte oder rechts. Ich zeige es dir einfach nur so ausführlich, dass du einfach siehst, was alles möglich ist. Aber klar, alles relativ selbsterklärend. Hier werte kahle Positionen oben in der Mitte oder unten. Innenabstand könnte man auch noch festlegen, wenn du eben viel Text hast und du willst noch ein bisschen Rand hier, dann mit dem Innenabstand arbeiten und vielleicht eine 15 reinschreiben. Keine Ahnung, was für dich Sinn macht. Bild, Breite. Haben wir auch noch Einstellungsmöglichkeiten. Vielleicht sagen wir, der Text soll zwei Drittel sein und das Bild nur ein Drittel oder andersrum. Da sagt man einfach hier bei der Breite dann eben nicht Pixel, sondern Prozent. Und dann trage ich hier eine 3 und eine 3 ein. Dann haben wir eben zwei Drittel Text und ein Drittel Bild. Oder du sagst, es soll immer genau Hälfte, Hälfte sein. Dann kommt da halt eine 50 rein. Und hier Höhe können wir auch noch einstellen, entweder mit Pixel oder mit Prozent. Mach das einfach so, wie es für dich am besten passt. Dann sind wir schon beim zweiten Reiter im Bereich vom Stil, nämlich Inhalt. Und da fliegen wir jetzt wirklich nur einmal drüber, weil hier kannst du dir einfach alles so zurecht sein, wie du es haben möchtest. Bedeutet Typografie, hier die Größe vom Titel. Du kannst dir deine Schrift von mir auswählen und so weiter und so fort. Bedenke jedoch, wenn du mit Elementor Pro arbeitest und im Bereich vom Theme Builder einmal deine Schriftarten etc. festgelegt hast, dann ist hier schon vieles voreingestellt und du brauchst hier nicht jeden Reiter immer wieder durchgehen. Einmal das Widget reinziehen, Farben vielleicht noch ein bisschen anpassen und dann passt das. So gehe ich zumindest immer da ran. Ja, Schrift, Schnitt, Umwandlung, Stil, Auszeichnung, Zeilenhöhe hier sogar, zack. Du siehst, da kannst du noch die Abstände zwischen den einzelnen Zeilen einstellen. Zeichenabstand sogar, das ist wirklich, du kannst alles machen, was du willst. Oder sogar den Wortabstand hier dann noch zwischen Saftige und Orangen. Logisch sind es nur zwei Wörter, aber manchmal können solche Einstellungsmöglichkeiten wirklich Sinn machen, wenn du noch irgendwas wirklich nur auf eine Zeile hinbekommen möchtest, ist schon cool, dass man weiß und darum geht es. Deswegen zeige ich es dir, was alles möglich ist. Ja, das zur Typografie ist dann natürlich bei den anderen Sachen, sprich beim Button, Typografie etc. komplett ähnlich. Textumrandung könnten wir ja auch noch machen, wenn wir da einmal draufklicken, dann haben wir dort eben so eine Textumrandung. Wer das braucht, Abstände, können wir hier einstellen, wenn wir das einmal nach oben ziehen, dann geht es eben auch noch mal um diesen Abstand hier. Beschreibung, Typografieeinstellung, wie wir es gerade schon gesehen haben, Abstände, Farben, Normal und Hardware, ganz interessant. Bedeutet, Hintergrundfarbe könnten wir jetzt hier zum Beispiel sagen, zack, einmal meine Primary Farbe, dann will ich natürlich einen weißen Titel haben. Diese komische Textumrandung haben wir die wieder rausgenommen, zack, ich glaube schon. Bedeutet, Titelfarbe einmal Klick und weiß eingestellt, genau, Farbe für Beschreibung auch einmal weiß, Buttonfarbe, zack, auch einmal weiß. Machen wir jetzt einfach mal genau. So, genau, dann, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, ändert sich jetzt in diesem Textbereich, sage ich mal, in der Box an sich, nix. Das könnte man allerdings ändern, indem wir hier sagen, bei Hover, also wenn man mit der Maus drüber havbert, jetzt zum Beispiel einfach, um dir das mal zu zeigen, Hintergrundfarbe soll gelb werden und du siehst, ich havere dann drüber, dann wird es eben gelb. Kann man jetzt auch ein bisschen dezenter machen und nicht so krass, dass ich erstmal wieder hier meine Standardfarbe nehme und dann mache ich das jetzt mal zum Beispiel, weiß ich nicht, ein bisschen dunkler und dann havere ich drüber, dann sieht es eben so aus. Stell das einfach so ein, wie es für dich passt, du siehst hier einfach, was möglich ist. Ich brauche das jetzt nicht mit dem Hover-Effekt und mache das einmal wieder raus. Als nächstes haben wir den Button, entweder Button schmal oder extra groß oder irgendwas in der Mitte. Ich, das ist vielleicht auch wieder ein kleiner Tipp, mache den immer auf Haltstopp extra klein oder schmal, irgendwas in dem Bereich, weil da gibt es meistens keine separate Einstellmöglichkeit für die mobile Darstellung. Und wenn ich den auf schmal oder auf extra klein habe, dann sieht es auch immer auf dem Handy richtig, richtig schön aus. Schriftstil vom Button können wir ja auch noch alles komplett customisen. Textfarbe, Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe, also wenn ich jetzt hier bei dem Button zum Beispiel sage, dass wir einen gelben Rahmen haben, hat er eben einen gelben Rahmen oder Hintergrundfarbe. Also beim drüber hovern gelb, dann wird es eben gelb, kann man dann auch noch einstellen, dass der Text dann eben dunkel ist, wenn dort eben ein gelb als Hintergrund beim hovern sein soll, dann sieht es eben so aus. Nur, dass du es mal gesehen hast, ich mache das jetzt hier einmal wieder raus, einfach draufklicken und auf löschen, dann ist es immer wieder auf den Standardeinstellungen. Ja, Rahmenbreite können wir hier auch noch einstellen und einen Borderradius, bitte, vielleicht hast du eine eckige Website, dann kommt hier eine 0 rein, vielleicht hast du so einen runden Website-Stil, auch die Schrift dort ist so ein bisschen verspielt. Dann trage hier einfach deinen grundsätzlichen Borderradius ein. Dann haben wir noch die Banderole, da würde ich es so machen, dass ich irgendwie tatsächlich eine Farbe nehme, die sonst auf der Website nirgendwo vorkommt. Warum? Weil dann fällt es wirklich ins Auge. Da würde ich hier reinklicken, Hintergrundfarbe und vielleicht tatsächlich so ein gelb auswählen und dann natürlich bei der Textfarbe was dunkles, dass man eben auch sieht, hey, okay, das sticht jetzt bei den fünf Sachen, die ich hier sehe hervor, das scheint was Gutes zu sein. Wenn du viel Text hier drin hast, da ist ja auch noch eine coole Einstellmöglichkeit, nämlich Abstand, dass du das noch ein bisschen nach außen nehmen kannst und dann kannst du bei der Typografie vielleicht noch sagen, hier bei der Größe, du machst das ein bisschen kleiner, aber natürlich so, dass man es irgendwie noch gut lesen kann. Ich zeige es dir einfach nur mal kurz, dass du weißt, auch wenn du ein bisschen mehr Text da rein haben möchtest, kannst du dir das so einstellen, dass es passt. Ich lasse es jetzt mal so. Boxschatten können wir hier auch noch einstellen. Du siehst, dann haben wir dort eben noch so einen kleinen 3D-Effekt mit drin. Und Hover-Effekte vom Grundsätzlichen her, das ist jetzt wieder interessant, bedeutet, wenn ich mit der Maus hier drüber Hover siehst du, aktuell haben wir Zoom In, könnten wir jetzt auch sagen Zoom Out. Und du hast gerade gesehen, je nachdem, was man da einstellt, passt sich die Ausgangsposition vom Bild an. Bedeutet, schau da auch immer so ein bisschen, was hast du für Bilder, wo ist das, worum es geht, links, rechts, in der Mitte, klein, groß, je nachdem vielleicht diese Hover-Animation auswählen. Und wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, haben wir eben einen Zoom Out, dann haben wir noch die Möglichkeit Zoom Left, da geht vorher das Bild eben ein bisschen nach rechts. Und wenn ich mit der Maus drüber gehe, zack, da geht es wieder nach links. So, Move Right haben wir auch noch, das Ganze dann einfach einmal nach rechts, Move Up, zack, da drüber, sieht so aus, oder Move Down. Und je nachdem, wo du das Call to Action Widget einbindest, macht natürlich vielleicht das eine mehr Sinn als das andere. Ja, was haben wir hier noch? Einmal normal Überlagerungsfarbe, könnten wir hier auch noch einstellen. Ach, sehr interessant, bedeutet, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, vorher das Bild vielleicht noch ein bisschen bearbeiten für den Text. Hier könnte man auch noch sagen, Überlagerungsfarbe, vielleicht so ein Lila. Jetzt sagst du dir vielleicht, hey, jetzt ist es weg, da einfach nochmal auf die Farbe klicken. Und hier hast du immer die Opacity, also diese Durchsichtigkeitseinstellung. Wenn es hier ganz rechts ist, dann haben wir eben Vollfarbe, hier nur noch 50%. Oder man macht es eben so ein bisschen an den anfänglichen Bereich, hat man noch so ein bisschen Lila drüber, aber man erkennt das Bild noch richtig gut. Also das habe ich mit dieser Überlagerung schon oft genommen, sodass man eben dann diese Schrift, die vielleicht über dem Bild sein soll, noch lesen kann. Auch eine sehr schöne Funktion oder CSS-Filter, klar. Aber hier kann man auch noch alles machen mit dem Bild, heller, dunkler, Kontrast, Sättigung, du siehst ja alles. Bei mir ist es so, ich tue die Bilder im Regelfall bearbeiten, bevor ich so hochladde, dann passt das eigentlich alles. Aber wenn du vielleicht mal was vergessen hast, findest du auch hier noch einen CSS-Filter auf deiner Website. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, über Blend-Modus haben wir dann auch noch ein paar verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Dann haben wir das Ganze hier unten nochmal für Hover. Bedeutet, wenn ich jetzt hier einfach mal so ein Gelb reinmache und dann nicht bei 100%, sondern so, du siehst, ich hover dann hier drüber, dann wird es eben so ein bisschen gelb. Also du kannst das wirklich alles sehr interaktiv machen und so, wie es für dich eben passt. Ja, und das waren im Grunde genommen schon die ganzen Basics zum Call-to-Action-Widget gewesen. Jetzt weißt du auf jeden Fall, wie du damit arbeiten kannst und auch schnell ans Ziel kommst. Ich mache es immer wie folgt, zeige ich dir auch gerne nochmal ganz kurz. Bedeutet, ich lösche das hier einmal, dann habe ich hier ja meine Dreierstruktur. Das sage ich jetzt mal oben, machen wir wieder eine Zehn rein. Und ich mache es immer so, ich tue mir einmal diesen Call-to-Action hier zurechtsteilen, so mit Button etc., wie ich es haben möchte. Und dann sage ich zum Beispiel hier, zack, einmal drauf, rechtsklick, duplizieren, dann habe ich das nächste. Und wenn ich jetzt eben hier noch das vierte haben wollen würde, klicke ich hier dann noch einmal drauf und dann sage ich eben, okay, das soll wieder rechts sein. Dann gehe ich hier rein, mache ein anderes Bild, die Farbe passend zum Bild und so weiter und so fort. Ja, das Call-to-Action-Widget, wie ich finde, ziemlich, ziemlich cool. Und wie ich schon angesprochen habe, für mich war es ein Game Changer, wo ich herausgefunden habe, dass die ganze Geschichte auch nebeneinander geht. Mag für dich vielleicht ein bisschen lustig klingen, aber manchmal sind es doch die ganz einfachen Sachen im Leben, die große Veränderungen bewirken. Ja, und wenn auch du Interesse hast an Themenbereichen rund um die Website erstellen, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei meinem noch brandneuen Kanal hier einmal ein Abo dalässt, sodass wir zwei uns in Zukunft wiedersehen. So oder so sage ich danke, dass du hier dabei gewesen bist. Ich würde mich sehr freundlich in einem meiner kommenden Videos wieder begrüßen zu dürfen. Deswegen gerne einmal auf Abonnieren klicken. Und wenn du vielleicht gerade deine ersten Schritte mit Elementor machst, dann sei auch ein bisschen nachgiebig mit dir. Erfordere dich nicht zu sehr, sondern sei auch stolz darauf, was du an einem Tag an gelernt hast. Vielleicht auch nur an Wissen, wenn du es noch nicht umgesetzt hast. Oder sei auch froh über kleine Steps, die du eben da in deiner Entwicklung machst. Und mit der Zeit wirst du immer schneller, immer schneller, immer schneller. Das, was hilft, ist Übung, Übung, Übung. In diesem Sinne freue ich mich, dich in einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und ich sage, bis zum nächsten Video. Dein Stefan. Ciao, ciao.